ja meine damen und herren hier ist daniel und ich möchte euch kurz mal erklären heute wie man online punkte kaufen kann für call of duty habe ich mir dieses spiel gekauft das macht auch richtig spaß unterstützt auch hdr modus und da freue mich habe mir ein fernsehen gekauft 4k und habe ich mir auch punkte gekauft und ich möchte euch heute mal erklären wie man punkte kaufen kann wir sind auch gerade hier auf dieser seite von spiel habe ich call of duty gestartet und da steht hier die ganze menü dann müssen wir bei dem vorletzten shop da muss dann hier rein so einmal hier von meinem set vorletzte und wir sind hier auf dieser seite da steht hier vorgestellt und steht noch ein erweiterungsspiel hier die ich gekauft habe call of duty war maschine der gepackt auf 2 und dann steht auch die ganze punkte für 99 und bis 100 euro weiter hier sind die code punkte für die man kaufen kann 200 punkte so weiter 5000 9000 oder 13.000 für 99 euro ganz schön viel geld ich habe auch viel geld investiert eingesteckt über 200 300 euro in ein spiel ja und ich möchte euch auch mal erklären weiter steht hier call of duty so ein pass diese verweiterungen habe ich auch gekauft wie gesagt und das wort sprengkommando nicht ganz oben auf ihrer liste steht läuft da was falsch bei ihnen der feind darf sich nicht neu ausrüsten und kann man auch hier spiele kaufen nächster ich kann auch gleich kaufen zum beispiel ich zeige euch wie alles so funktioniert zum beispiel das habe ich mir gerade gekauft das steht hier wenn sie denken ich wäre ungeduldig verschwenden sie doch mal dermaßen brauche und grünen zeit das möchte ich auch kaufen äh code punkte kaufen sowas wäre bei dünnen kirchen verdammt nützlich gewesen habe ich ganz viele punkte hey das sollten sie besser lassen aber wenn sie denken ich wäre ungeduldig verschwenden sie doch mal dermaßen corporeal greens zeit Vielleicht nehmen Sie einfach im Wartezimmer Platz. Es liegt ca. 400 Kilometer von hier auf dem Weg nach Berlin. Das ist eine gute Wahl, Soldat. So was wäre bei Dünnkirchen verdammt nützlich gewesen. Ich habe gehört, die Deutschen bauen so eine Art Spezial-Rakete. Warum statten sie ihnen mit dieser Ausrüstung nicht einen Besuch ab? Und hier weiter geht mit den Sammlungen. Aufträge. Vielleicht nehmen Sie einfach nicht genug Charme, als dass ich Ihnen das einfach so hätte. Es liegt ca. 400 Kilometer von hier auf dem Weg nach Berlin. Ein wenig schwer von Begriff, was? Ich habe gehört, die Deutschen bauen so eine Art Spezial-Rakete. Warum statten sie ihnen mit dieser Ausrüstung nicht einen Besuch ab? So viel Spaß mit dem Spiel online zu kaufen. Gibt es nicht nur auf jeden Tag, es hilft für's heilt. Meine Mutter. Und vielleicht spielt mich hier nicht die Zeit. Vielen Dank.